Und schon sind wir wieder da. Noch drei Maps to go, deshalb Spiegelbild. Let's go! Hawks schmecken nicht wie Hühnchen. Gut, das zu wissen. So, was haben wir hier? Ein Tor hier. Ja, super viel Platz. Und ein Tor da unten. Eins da und... Ja, wir haben ja super viel Platz, um damit zu arbeiten. Das ist absolut genial. So. Fall noch mal durch. Ja. Weißt du was. Ich glaube, wir verwenden mal Barrikaden. Was kommen denn für Gegner? Kommen Explosionsviecher? Nö, okay. Guck mal, wenn wir die hier irgendwie... Hier kannst du doch bauen, oder? Da. So. Hä? Willst du denn den Barrikaden machen? Ja, guck mal, wenn ich... Okay, was hast du für ein Setup? Ja, guck mal, weil wenn du jetzt... Ah, ne? Also es wäre cool, wenn wir diese Grindr hätten, aber so... Kann ich hier zu machen. Und dann müssen die hier durch. Dann kannst du... Ach, scheiße, das ist zu weit vorne, okay? Also ab hier, weil dann kannst du da eine Deckenfalle hinmachen. Deckenfalle, oder was? Ja, eine Wandfalle und eine Deckenfalle. Und da müssen die dann auf jeden Fall durch dieses Stück durch. Und dann kannst du hier noch so ein Feuerding hinmachen nachher, was da reinsprüht. Und dann können wir das Ganze ja hier noch nach hinten länger machen, irgendwie. Und das auf der anderen Seite auch, oder? Das funktioniert bestimmt. Hm. Ja, okay. Und wegen unten müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Unten ist einfach nichts, was du machen kannst. Ich mach das Feuerding gleich mal ran. Okay. So. Okay. So. Dann nimmt jeder eine Seite, oder? Ja. Okay, go. Ich bin eh der Meinung, Barrikaden machen jedes Level, okay, fast jedes Level, viel einfacher. Greifen jetzt schon die Barrikade an. Hä? Greifen die Barrikade, aber... Die Barrikade sind kaputt. Ah, mischt. Ja, ich muss den Oro war anders hinzusetzen. Aber diese blöde Falle kickt die Orks über die Barrikade, dieses Drehteil. So, jetzt machen wir dahinter noch mal eine Teerfalle. Barrikade. Ja, dann solltest du das lassen. Die Barrikaden sind zu teuer, um sie kaputt zu machen. Mein Ogre, hier hin. Ja. Diese scheiß Fallen kicken die über die Barrikade. Das ist nicht so genial. Aber die machen trotzdem die Barrikaden kaputt. Ja, aber nur wenn du ihnen irgendwas gibst, was sie in der Nähe angreifen können. Also du oder die Ogre. Ansonsten lassen die die Barrikaden einfach in Ruhe. Benutzt die Ogre nicht. Und wenn, dann vorne, weit vor der Barrikade. Ah, fuck die, jetzt kommen sie von unten auch noch. Ah, da kommen so Renner. Hey, die rennen irgendwo unten lang. Wasch die? Ja, ich bin da. Ja, aber die sind noch irgendwo da unten reingerannt. Kommen die jetzt auf der anderen Seite hoch oder? Oh, fuck, sind das viele. Okay, das war jetzt nicht so geil. Ah. Derfen wir jetzt beide die gleiche Seite? Das ist schon unklug. So. Okay. Also wir brauchen irgendwas wegen dem da unten. Meinst du, da unten kommen nur diese Renner? Ich denke nicht, da wird mehr kommen. Ich glaube nicht, das ist doch viel zu schwierig. Ich diene dem Arzt. Ich diene dem Arzt. Ich diene dem Arzt. So. Okay. Die Renner müsste das reichen, hoffe ich. So, okay. Ist das auf der anderen Seite auch so? Ja. Sehr gut. Los geht's. Ich bin unten und mache die Renner. Ne, lass mal. Lass die mal durchrennen. Aber die sind noch kein Problem. Ich habe doch jetzt eher den anderen Schaden. Wie du meinst. Auf der anderen Seite hat's, okay, jetzt auch Mana-Pots. Und ihr seid alle eingeladen. Ja, super. So. Ach, mehr steht hier. Gut. Okay. Nein, wir haben die Karte mal angetauscht. Ach, nö. Wie gefällt euch das? Gut. Lass mich mit Folter-Instrumenten. Komm schon, halt nicht ab. Oh fuck, hier ist ein Droll. Passt die? Heißt du, es brauchst Hilfe? Naja, jetzt ist er tot, aber es war schon knapp. Bereit zu folgen. Bereit zu dienen. So. Okay. Okay. Hast du noch Geld von der Giftfalle? Ja, drüben hin. Top. Gut. So, jetzt muss man nur aufhören. Von unten noch irgendwas? Ja, von unten kam grad ein Troll. Okay. Aber sonst eigentlich nicht. Okay. 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 Das sind echt interessante. Mit den Barrikaden. Vor allem mit der Steinwand. Wie meinst du? Guck mal her. Im Prinzip brauche ich nur hier drin stehen und die ganze Zeit das hier durchspammen. Tja, siehst du. Nur Vorteile. Okay, da unten kommt wieder ein Troll. Sumpftroll sogar. Ich mache hier ein bisschen danach komisch. Ach komm schon, der verhält sich. Komisch. Was, was, was? Der ist tot. Ich brauch deine Hilfe. Bring it. Kriegst du den? Perfekt. Einmal das hier. Dann krall ich mir zu lang wie ein Schädel hier drüben. So, jetzt liegt da noch ein bisschen Geld. Ich kann mal gucken, aber... Wo stelle ich die jetzt am besten hin? Hier? Bereit eurem Geist zu verstreuen. Meld mir eine Richtung. Meld mir ein Süd. Bereit eurem Geist zu verstreuen. Irgendwie so. Ja, hier kommt nochmal ein Sumpftroll. Kommt zu mir. Okay. Der ist tot. Ei, ei, ei. Hä? Wo? Okay, wir haben's. Was? Ich finde das war easy. Ja, abgesehen davon, dass ein Sumpftroll durchgekommen ist. Sehr gut, das war so blöd. Boah, es kam einiges durch. Wir haben 15 Spaltpunkte verloren. What? So gar nicht was, vielleicht kamen doch so ein paar kleine durch. Ah. Naja. Machen wir gleich weiter, oder? Für die Punkte hattest du mir nicht gebracht. Ja. Seh ich auch so, aber ich mach kurz noch meine Attrappe voll. Wo auch immer die ist. Da. So. Ja, null Schädel. Perfekt. Perfekt. Der Anstieg. Vorletztes Level. Vorletztes Level. Vorletztes Level. Au. Let's go. Was zur Hölle. Okay, Scheiß auf Barrikaden. Brauchen wir nicht. Brauchen wir vermutlich auch. Eine geradeaus. Nee. Wow, wow, wow. Lava. Hier ist ein zweites Tor und da ein drittes. Oh je. Das ist unschön. Weil die kannst du einfach alle voll machen mit Dingen. Fallen. Nein. Naja, okay. Das wird schon gehen. So, also oben fangen wir. Wo ist das erste? Oben. Hier ist eins. Hier unten. Fängt's an. Hier oben fängt's an. So. Ich würd sagen wir brauchen hier hinten, weil da haben wir Decke und so alles. Sehr gut. So, irgendwie, oder? Guck mal, ob das reicht. Boah, das ist doof. Ich bin zu weit hinten, oder? Ich würd da noch eine rein, ja, gell? Ach, ich bin mit denen zwei, achso. Hä? Okay. Ja, lassen wir mal so ein bisschen reichen. Wieso machst du die zwei hier nicht weg? Hm? Wieso machst du die zwei nicht weg? So. Du meinst nach vorne, also so? Genau. Na gut. Legen wir los! Jut! Hast du noch was? Na, warte mal, dann machen wir vorne gleich schon mal das. Ja, ich kann ja gleich nochmal das hier machen. So. Kleine töten, dass wir nicht die Fallen auslösen. Schon passiert. Also, dass die Fallen ausgelöst haben. Ja. Okay. Oh, da kommen die. Ne, die kommen nur runter. Das ist gut. Moment schon, ja. Na, kommt schon. Na, kommt schon. Ich will die nicht mal da langkommen. Ja, erste Welle. Das wird schon noch. Eine von zwölf. Das war lustig. So. Die kommen immer noch von hier oben, oder? Aber eigentlich sollte das reichen. Ich fang schon mal unten an. Wobei, ich weiß nicht, wo sie als Nixus kommen. Ah, ne. Oder? Ah, die kommen auch von unten, Basti. Da kommen sie! Basti, Basti, Basti! Machst du unten? Kommst du unten, klar? Äh, ich denke nicht. Ich denke, das könnte interessant werden. Ich kriege ja nicht mit diesem blöden Knoll kaput. Ist auch. Ist eher die Frage, ob oben klarkommen wird. Hä? Ich weiß nicht, ob die oben klarkommen. Willst du mal hochgehen? Ich probiere sie unten. Alles klar. Warte mal kurz. Hier, Pioniere. Interesting. Was ist das? Schon klasse. Ruhig hoch. Ich hab hier. Ja, ja. Das sind gerade welche durch. So. Okay. Hab ich. Also oben deft sich noch nicht selber. Aber farsch. Oh! Ja. Das muss der jetzt sein. So. Okay. Ach was. So. Aber jetzt geht die dritte Tür auf. Ich hab's doch nicht noch einen Eingang, weil wir mal erstmal oben fertig sind. Ja, hier unten geht jetzt auch noch, oder? Ja, hier unten geht jetzt auch auf. Ja, hier unten geht jetzt auch auf. Ich hab absolut kein Geld. Wenn wir mal erstmal oben fertig. Oder soll ich was unten machen? Wo? Ja, ich würd's. Ja, hier. Ja, dann mach ich hier links, ja. Aber ich würd gern zuerst mal da oben in diesem linken Tunnel noch ein bisschen Teer reinlegen, bevor ich hier irgendwas mach. Weil im Moment sieht's nicht so aus, als würde hier viel kommen. Ist der tot? Eieiei. Der Renner. Haben wir. Haben wir. Was sind die Fallen hier? Ja, dann geh ich. Wo? So. Was ich gesagt, oben darfst du es auch noch nicht von Seth. Doch, du. Jetzt, jetzt wahrscheinlich schauen, weil ich den Decol... Da kommt so ein Zauberer. Oh nein. Zauberer. Wo, wo, wo? Ja. Ja. Der ist tot. Gerade ist noch so ein Pad. Scheiße, ey. Hier, wir haben ihn. So, jetzt nochmal kurz Zeit. So. Also geht's hier oben bauen, oder? Erstmal unten. Ja, mach erstmal hier unten auch noch was hin. Oben geht ja. Achso, ich würde sagen... Achso, da unten. Nö. Ja. Ich weiß nicht. Nee, bau mal hier den hier noch zu. Und den unten machen wir jetzt erstmal. Ja, ich habe jetzt noch Geld. Ich kann jetzt hier noch Deckenfallen bauen, oder ich baue jetzt noch da unten irgendwas. Mach mal den Gang hier komplett zu, zuerst. Den hier. Okay, das war's erstmal. Okay. Wow. Na gut, die sitzen. Warte mal, die sitzen scheiße. Ich muss die anders machen. Hm. Ja. Besser. Okay. Na dann. Gleich wird's ernst. Ja. Geh hoch. Okay. Weil ich weiß nicht, ob man oben was braucht. Ich denke nicht, aber... Steht mein Decoy noch? Ja, ja. Ich meine, solange der noch steht, hält er die Gegner ja in der Box. Eigentlich. Hier unten ist aber noch gar nichts. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ja, das ist voll egal, die Combo. Ja. Erst versteinern und dann hier das hier. Ich komm mal noch nicht mal bis zur Box. Wie geht das da witzig aus? Die sind hochgeflogen. Ja, halten die irgendjemand auf? Ja, wenn wir sie treffen schon. Da hinten sind sie. Okay. Hammer. Die kommen hier an. Ja, da hinten kommen auch noch welche. Dann machen wir das. Ja, genau. Ich brauche jetzt nächste Runde hier, die Deckel fallen für den Entwurf. Ist hier oben safe. Ja, okay. So macht man das. Gut. Dann mach ich ja den Teer noch voll. Okay. Und dann stehe ich da gleich noch eine Attrappe rein. Diese Orks müssen sterben. Gut, dass wir da unten noch nichts gebaut haben. Warum? Achso. Weil einfach nichts kommt im Moment. So, jetzt machen wir hier schnell. So. Joa. Oben scheint zu weit zu laufen. Ach, ich brauche überhaupt nicht auf den Troll schießen. Jetzt vielleicht schon. Was, was, was? Was? Nein! Wo kam denn der her? Ja, einer ist dran. Weiß ich nicht. Verdammt. Der muss hier oben durchgekommen sein. Aber warum? Der kann da eigentlich nicht durch. Ah, wahrscheinlich hat er dann eine Falle nach hinten gekickt. Hahaha. Kann sein. Ja, die Deckel fallen machen zwar viel Schaden, aber das sind so ein bisschen die Nachteile. Okay. Okay. Also, hier war ich fertig. Gut. Was fehlt denn oben noch? Fehlt oben noch was? Ein paar Decken fallen, die kau ich dazu an. Ja gut. Dann fang ich schon mal hier unten an. Stück für Stück. Okay. Komm schon. Gut. Schauen wir mal hier. Okay. Okay. Den haben wir auch. Ach, das ist da oben. Was ist passiert? Der Templer. Oder der Zauberer hier. Oder der Ort. Oder was weiß ich was das ist. Der Briebler. Der macht irgend so ein Bot. Okay. Oh, ja. Oh, Gnadelkissen. Bist du oben fertig oder was? Ja. Dann mach mal hier weiter. Wupp. Ah ne. Da fehlt er noch. Oh ne. Und noch ne Reihe. Ja. Scharfk. Hallo? Nö. Kein. Wupping. Ey, fäng ich's jetzt schon wieder nur oben an. Schön, wenn's das nach jeder Pause macht. Irgendwie hast du auch schon mal besser gedacht. Da hinten ist so ein Magier. Ja. Dann liegt das in meinem Ausgrad nicht viel weg. Da hinten ist schon immer so ein Magier. Come on. Ja, oder? Oh. Ja, aber alles tot. That hurts. Wie du einfach oben alles alleine halten kannst. Ups. Heile mich, Rift. Heile mich. Heile mich. Und nur! Das ist bei dir oben. Okay. Dretet euch dafür die Füße ab! Pssst! Ja, das seh ich auch so. Oh nein, nein, nein. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig interessant. Oh, mischt. Meine komischen Granaten. von der Shotgun prallen am Nikoi ab. Das ist witzig. Was, was, was? Wo sind sie unten? Bei mir ist alles safe hier. Dann ist es bei mir. Hier oben. Ja, habe ich auch noch einen Begriff. So, du noch? Stirb. Stirb! Gut, es kommen hier zwei Drohne. Das könnte vielleicht ein bisschen stressig werden, aber... Ja, ich komme hoch. Ich muss noch ein bisschen drücken. Ne, geht schon. Ich bin tot. Geil, dass er in die Wand geflogen ist. Guck mal, da hängt er noch. So, nochmal. Deckefalle. So, hier oben ist alles fertig. Dann komme ich jetzt runter. Bei unten noch ein bisschen was. Das wäre cool. Heeeep. Feier, feier. Mach mal hier unten kurz. So, hier ist fertig. Dann bleibt das eigentlich wieder nur nach oben. Da geboren, da war es richtig oder wie? Ja, ne, passt. Was? Alles ist hin. Alles gut. Locker, easy. So. Dann nehmen wir so eine Stage, die echt easy ist. Hier unten fährt noch. Das wird nicht unbedingt angenehm. Okay, hier unten fährt noch ein paar Gift fallen und die Decken fallen. Dann kann ich da auch sowas reinstellen. Top. So. Und jetzt habe ich auch noch die Bogenschützen. Hehehe. Los geht's. So, dann. Das sind nur noch zwei Runden. Ja. Oh je. Jetzt kommen hier zwei so Magier. Are you fucking kidding me? Okay, wie kriegt ihr jetzt beide? Das war der eine? Was genau machen die eigentlich? Abgesehen davon, dass sie so ein komisches Ding nach dir schießen. Habt ihr jetzt... Ne, immer noch ein Doch, jetzt ist er schon tot. Ah, ne, ist er nicht? Alter. Ach, wird der von diesem kleinen Typ da geheilt? Ich bin mir da nicht sicher, was genau der macht. Was ist? Ähm... Guck mal, wo ich stehe. Soll ich versuchen, da wieder rauszuhüpfen oder soll ich einfach stehen bleiben? Rauszuhüpfen. Okay. Nein! Komm schon! Okay, das schafft, das schaffe ich nicht. Ich werde wahrscheinlich abstürzen. Ah, ich hab's geschafft. Sehr geil. Hallo, das saved uns drei Rift-Punkte, dass ich das geschafft habe, okay? Das bringt uns potenziell einen Schädel mehr. Wenn das nicht cool ist, weiß ich auch nicht. Überragend. Das sind blöde Heilswerge, kotzt mich an. So. Heilswerge. Ja, diese Kobolde. Heilkobolde dann eben. Heilen die Gimlis. Gimlis. Ich bin bei 27 Legolas. Ich hab 500. Was? So, ich kann glaube ich nichts... Ah doch, meinen Bogenschutz kann ich noch umbauen. Letzte Welle. Sehe ich jetzt als Ziel, hier vorne die Welle allein zu deffen. Ohne dass es dann die Welle mit den Mauern ist. Jeder braucht Ziele im Leben. Wobei die Feuerorgos sind ja ein bisschen stressig, hier ist ja ganz allein. Allein, allein. Oho, nicht sterben, nicht sterben. Irgendwo kommen. Ah, fuck, die kommen hier. Nicht sterben. Hui. Ach, hört doch auf. So. Ich glaube hier ist fertig. Wie sieht's da unten aus? Hier da unten ist auch fertig. Äh, du hast nicht mehr so arg viel HP. Was ist HP? Komm zu mir, wir wollen tanzen. Achso, wir sind doch gar nicht fertig. Wo bist'n du? I don't see you. Gut, er ist. Na ja. Zeig. Zeig ich dich wieder nicht, weil du hinter der Puppe stehst, aber... Schon okay. Und noch ein Endlos-Level. Super. Ah, da schwand der Leere. Genau, da kannst du Sachen reinwerfen. Tötet sofort alles, was hineingeworfen wird. Ah, je. Einen Riftpunkt verloren, ey. Einen. Okay. Achso, ein Zauberbuch. Was haben wir denn? So, ich hab die Atom... Können wir noch eine Folge direkt ran? Nein. Hallo, es kommt jetzt das letzte Level. Na gut. Das letzte Level, Leute. Das letzte Level. Also, ranbleiben und gespannt sein. Tadaa, bis dann.